Wir haben in der letzten Freitagsansprache darüber gesprochen, wie wichtig die Eltern sind und dass wir diese Ansprache besonders benötigen. Angefangen möchte ich heute mit gewissen Grenzen, bezogen auf die Ehrbietung den Eltern gegenüber. Ibn Muflih, er sagt, möge Gott mit ihm zufrieden sein, einer der Rechtsgelehrten, dass man seinem Vater nicht gehorchen muss, wenn er einem anbefiehlt, dass man sich von seiner Frau scheiden lassen sollte. Das sagt Ibn Muflih und Al-Bahouti, das waren die Worte von Al-Bahouti Al-Hanbali gewesen und Ibn Muflih, er überliefert, dass Imam Ahmad gefragt worden ist, ob man sich von seiner Frau zu scheiden hat, wenn der Vater dies einem mitgibt. Und Imam Ahmad hat gesagt, zu dieser fragenden Person, scheide dich nicht von deiner Frau. Wie passt das zusammen mit einem Hadith, der in den Sammlungen von Ibn Majah und Tirmidhi und Abu Dawud und anderen erwähnt ist, wo der Sohn von Omar, Abdullah, zum Propheten kam und gesagt hat, O gesamte Allah, mein Vater trägt mir auf, mich von meiner Frau zu scheiden. Ich liebe allerdings meine Frau. Und der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, scheide dich von deiner Frau. Wie passt das zusammen? Die Gelehrten haben erklärt, die Gelehrten haben erklärt, dass dies ein Einzelfall ist und wenn man einen Vater hat wie Omar, Al-Farouq, derjenige, der das Schlechte vom Guten aussondern kann, der Unterscheider, Wenn man solch einen Vater hat, dann folgt man ihm natürlich, weil man weiß, dass dies der richtige Weg ist. So lässt sich dieser Einzelfall klären. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, die Generation, die hier vor allem versammelt ist, weil oftmals, wenn wir an Eltern denken oder an Schwiegereltern denken, dann denken wir an die Einmischung von diesen innerhalb unserer Ehe. Und wir bekommen dies mit von anderen. Und dies macht uns große Angst und Sorge und auch Wut. Und es schafft Misstrauen zwischen den Generationen, zwischen den Kindern und den Eltern. Das erste, was Sie tun müssen, liebe Geschwister, aufbauend auf der vorangegangenen Freitagspredigt, wir müssen verstehen, unsere Eltern sind einfach oftmals ein wenig anders. Sie sind woanders geboren, woanders aufgewachsen, in ganz anderen Situationen, mussten sie ihr Leben meistern, sind ausgewandert, mussten von Null anfangen, die Sprache von Null auf lernen, die harten Jobs annehmen. Dort konnten sie nicht heulen und mal krank machen und mal wechseln und mal zum Amt gehen, denn sie mussten Geld überweisen, monatlich, für die bedürftige Familie in der Heimat. Und dann sehen sie, dass wir hier alles verfügbar haben. Schule und Arzt und dann machen wir so wenig daraus. Sie können das nicht verstehen als Pioniere, als Kämpfer. Wir müssen ein bisschen verstehen, unsere Eltern sind einfach ein wenig anders. Sie meinen es vielleicht gar nicht böse. Vielleicht wurde in ihre Ehe auch genauso reingeredet. Vielleicht kennen sie es gar nicht anders. Und wenn man das versteht, wenn man das erwarten kann, tut mir leid, aber dann seid ihr doch selber schuld. Dann sind wir doch selber schuld. Wenn wir dann Ehekrach haben und gehen dann zu Mama oder zu Papa oder zur Familie und wir wissen, die werden es nur noch schlimmer machen und sie werden es anderen weitererzählen und sie werden dann die Scheidung fordern und dann gibt es kein Zurück mehr. Es gibt nur noch Eskalationen, keine Deeskalationen mehr. Tja, sind wir doch selber dran schuld, oder nicht? Man muss zusammen sitzen am Anfang, bevor man sich auf diese Reise begibt und sagt, guck mal, wir haben wunderbare Eltern, aber jeder hat Stärken und Schwächen, auch wir haben unsere Schwächen. Wir sollten darauf achten, dass wir Eheprobleme nicht in unsere Familie hineintragen, weil dann wird damit ein Feuer entzündet, was nicht mehr zu löschen ist. Ganz einfach. Allah Ta'ala sagt im Koran, und fragt die Leute des Wissens, wenn ihr etwas nicht wisst. Und wenn unsere Eltern in bestimmten Fällen nicht dazugehören, dann sollten wir sie auch nicht überfordern. Ich erzähle euch von einem Vater, er sagte seinem Sohn, Sohn, ich komme aus einem Land, aus einer Zeit, wo der Mann sich hingesetzt hat und das Essen wurde ihm gebracht und er aß und der Teller wurde wieder weggenommen. Der Mann hat den Teller von unten nicht angefasst. Er hat ihn berührt von oben, aber er hat ihn von unten nicht angefasst. Aber kann man seine Lage mit der heutigen Lage vergleichen? Kann man seine Zeit mit der heutigen Zeit vergleichen? Kann man die Mentalität von damals mit der heutigen Mentalität vergleichen? Das heißt, der junge Mann in der heutigen Zeit, der Eheprobleme hat und er geht zu seinem Vater, da kommt er noch geladener zurück und haut auf den Tisch. Aber passt das hier rein? Passt das in jede Ehe? Ist das für jede Ehe hilfreich? Das heißt, wir müssen auch verstehen, unsere Eltern sind anders, wir wollen jetzt keine Klischees verbreiten, aber viele von euch fühlen sich möglicherweise angesprochen von dem, was ich sage. Oder kennen andere, die sich angesprochen fühlen. Das heißt, dort gibt es eine Grenze. Dort, wo wir verstehen und wissen, unsere Eltern können uns helfen bei der Eheführung, dort beziehen wir sie ein. Und dort, wo wir wissen, es wird automatisch kompliziert werden, dann sind wir doch die Schuldigen, wenn wir es dann tun und wenn es dann schief geht im weiteren Verlauf. Ebenfalls, das ist sehr wichtig, auch aufbauend auf dem, was wir vor zwei Wochen vorgetragen haben. Mikro ein bisschen lauter machen, Ich versuche auch ein bisschen aufzudrehen hier bei mir. Allah Ta'ala sagt im Koran in der 24. Sure, So verzeiht und seid nachsichtig. Verzeiht und seid nachsichtig. Ihr wollt doch auch, dass Allah Ta'ala euch vergibt. Und Allah, er ist vergebend und barmherzig. Dieser Vers, liebe Geschwister, in der 24. Sure, der 22. Vers, er ist etwas wie ein Lebensmotto. Wir wollen die Vergebung von Allah, dann müssen wir aber auch bereit sein, Vergebung zu üben. Und wer verdient am meisten Vergebung? Natürlich unsere Eltern, wenn man das überhaupt so sagen darf. Weil sie haben viel mehr für uns getan, als wir für sie jemals tun werden können. Das heißt, wenn man dann schon von Vergebung sprechen möchte, dann in Anführungszeichen, mit einem Witz, mit einem Lächeln im Gesicht. Und wir haben eben diese Verantwortung. Ein Mann kam zum Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam und hat gesagt, O Gesandte Allahs, ich besuche meine Verwandten, aber sie besuchen mich nicht. Und ich bin sympathisch zu ihnen, aber sie sind abstoßend zu mir. Ich bin gut zu ihnen und sie sind schlecht zu mir. Er kam und beschwerte sich. Und der Prophet sagte Sallallahu Alaihi Wasallam und das ist ein Muslim, Sahih Muslim festgehalten, er sagte, wenn es wirklich so ist, wie du es sagst, ah, da merkt man schon, so hundertprozentig kann die Schuld nicht verteilt sein. Wenn es wirklich so ist, wie du sagst, ah, das heißt wahrscheinlich, ist es anders. Oder möglicherweise ist es anders. Dann sagte der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam unter anderem, dann wird dich Allah, wenn du so bleibst, vor ihren Schlechtigkeiten schützen. Das heißt, wenn du selber auf der Schlechte mit dem Schlechten antwortest, in dem Moment bist du nicht mehr vor den Bösartigkeiten innerhalb deiner Verwandtschaft geschützt. Sondern du musst gut sein. Du musst besser sein. Du musst den Kontakt suchen. Du musst auf das Schlechte mit dem Guten antworten. Du musst auf etwas Abstoßendes Sympathie entgegnen innerhalb der Familie. Und der Prophet sagte auch, wie Al-Bukhari festgehalten hat, derjenige pflegt die Verwandtschaftsbande nicht, der einfach nur erwidert, so einen Tauschhandel macht, er gibt, ich gebe, er nimmt, ich nehme. Sondern derjenige ist der Verwandtschaftsbande, Pflegender, ist Pfleger der Verwandtschaftsbande, der den Kontakt sucht, da wo er abgebrochen wird. Das hat eine Menge zu tun, liebe Geschwister. Unsere Generation hat eine Menge zu tun. Das heißt, wir verstehen unsere Eltern zuerst einmal. Was können sie? Und was können sie vielleicht möglicherweise nicht? Oder nicht so gut? Dann vergeben wir unseren Eltern. Und aufbauend auf den letzten beiden Aussprüchen vom Propheten Mohammed, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, wir verbessern die Beziehung. Ja, dreimal ein V. Wir verstehen, wir vergeben oder verzeihen und wir verbessern die Beziehung, liebe Geschwister. Und jetzt kommen wir zum Teil, wir wollen es selber besser machen. Wir wollen heute vom vergessenden Vater sprechen, vom nachlässigen Vater sprechen, von unserer Generation. Von unserer Generation. Viele, die im besten Erwachsenenalter sind oder die noch als Jugendliche zu bezeichnen sind, ja, so grob zwischen, sagen wir mal, 25 und 45. Wir haben ein Generationenproblem. Wir Männer, wir zeugen Kinder, ja, wir werden Vater, aber wir sind am Ende keine Väter. Wir zeugen sie und dann kommen die Kinder erst mal zur Mama. Die Mama ist erst mal verantwortlich. Und dann von der Mama zur Krabbelstube und von der Krabbelstube zum Kindergarten und vom Kindergarten in die Grundschule und von der Grundschule in die Mittelstufe und so weiter. Und dann die Sportvereine, ja, der Trainer, der muss mal am Charakter von meinem Sohn arbeiten, ja. Und Schule, das sind diejenigen, die unsere Kinder erziehen. Wir zeugen sie und andere erziehen sie. Und wenn man dann fragt, man fragt die Frau, man fragt den Kindergarten, man fragt die Schule, auch die Moschee, ja, die Verantwortlichen in der Moschee, die Verantwortlichen von der Samstagsschule, von der Sonntagsschule oder den Fußballtrainer, ja, wie aktiv sind denn so die Väter von den Kindern, die herkommen? Nehmen die an den Elternsprechtagen teil, kümmern die sich zu Hause, gucken die, ob die Hausaufgaben gut gemacht worden sind, führen sie eine Beziehung mit dem Kind, holen sie mal das Kind ab von der Schule, vom Kindergarten, vom Training etc. Und liebe Geschwister, das sind jetzt unsere Zeugnisse. Ich rede von muslimischen Lehrern. Hamdullillah, wir haben muslimische Lehrer. Wir haben muslimische Kindergärtnerinnen. Wir haben Ehrenamtler im Sport, die trainieren. Und ich rede von den muslimischen Müttern. Und von denen hören wir Beschwerden. Nicht von irgendwelchen Leuten, die uns jetzt diskriminieren. Und was vorhanden ist, definitiv. Sondern das Zeugnis kommt aus unserem Mund, liebe Geschwister. Das Zeugnis kommt vom Imam. Das Zeugnis kommt vom Arabischlehrer in der Moschee. Vom Koranlehrer in der Moschee. Von demjenigen, der Freizeiten organisiert für Muslime etc. Wie alt sind die Kinder? Wie alt sind die Kinder? Sind sechs, sind zehn, sind zwölf. Wie alt sind dann die Väter dementsprechend? Ende 20, Anfang 30, Ende 30. Das heißt, wir haben ein gewisses Problem, liebe Geschwister. Wir vergessen unsere Vaterrolle. Etwas, das mich umgehauen hat. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, dass es 124.000 gesandte Propheten gab. 124.000. Wisst ihr, wie viele davon im Koran namentlich erwähnt sind? Nach einer Zählung 25. Und wie heißt die 31. Sura des Koran? Surat Luqman. Wer war Luqman? Die Maite, der Gelehrten sagt, Luqman war kein Prophet. Wir haben keinen Beleg dafür, dass er ein Prophet war. Und er hat eine Sura im Koran gewidmet bekommen. Was hat der Luqman gemacht? Lest es nach in der 31. Sura. Und was werdet ihr finden? Keine Prophetengeschichte. Ihr werdet finden den Dialog eines Vaters mit seinem Sohn. Und das war es. Und dieser Dialog er ist Kernstück dieser Sura. Dieser Dialog war es, der Luqman verewigte als Nicht-Prophet. Ist das nicht eine große Lektion? Entnehmen wir daraus nicht, wie wichtig es ist, Vater zu sein? Dass ein Vater, der nicht Prophet war, also ein Mensch, ein Mann, der in der Funktion des Vaters und nicht in der Funktion des Propheten im Koran namentlich erwähnt wird und sogar die Sura nach ihm benannt bekommen hat? Subhanallah. Liebe Brüder, das wiegt sehr schwer. Das wiegt sehr schwer. Es wird überliefert, dass der Prophet Mohammed eines Tages ein bisschen Sand im Getriebe hatte, was die Ehe mit Reiche anbelangte. Das ist das Leben. Es gab so ein bisschen kleine Problemchen. Und dann sagte der Prophet Mohammed und das ist ja auch der Sinn von diesen Streitereien, dass wir wissen, wie sollen wir uns verhalten. Es wäre ja nicht schön gewesen, wenn da alles nur Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wäre, dann hätten wir nämlich kein Vorbild im Sinne von wie können wir uns denn verhalten, wenn es mal kriselt. Deswegen Alhamdulillah, dass es mal ein bisschen kriselte beim Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam in der Ehe, damit wir nämlich wissen können, damit wir daraus entnehmen können, ja wie verhalten wir uns denn in schwierigen Zeiten. Und er sagte, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm. Reicher, wir brauchen jetzt einen Schiedsrichter, der zwischen uns schlichtet. Ratet mal, wen sie genommen hat, wen sie gewählt hat. Sie sagte, ich nehme meinen Vater Abu Bakr. Allahu Akbar. Fragen wir uns von der Perspektive von Aisha. Der leistet mir ein bisschen Detektivarbeit. Ist das wirklich die beste Wahl? Du wählst den besten Freund des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, der seit seiner Kindheit, seit seiner Jugend diesen Mann nicht verlassen hat und der mehr als jeder andere Prophetengefährte ihn unterstützte und der beste Mensch nach allen Propheten ist? Mögelein mit ihm zufrieden sein? Aufgrund seiner Nähe zum Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Und trotzdem, und Aisha, sie war eine sehr kluge Frau gewesen. Sie hatte den Koran auswendig gehabt und sie hat am viertmeisten Hadith überliefert und sie kannte Geschichte und Medizin und die Genialologie der Araber und was nicht noch alles. Ein Universalgelehrter, war Aisha gewesen. Ein Universalgelehrter. Sehr klug. Konnte gute Ratschläge geben. Sie sagte, ich nehme meinen Vater Abu Bakr. Subhanallah. Subhanallah. Omar, seine Tochter Hafsa, ist jetzt Witwe geworden. Mann ist gestorben. Was macht Omar? Omar, wie wir ihn kennen, wie wir uns ihn vorstellen. Er geht raus, wir kennen die Spaziergänge von Omar und er sucht, er überlegt, was kann er für seine Tochter Hafsa tun. Und dann sieht er Osman und er denkt, Mashallah, Osman, einer der besten Menschen überhaupt und er fragt ihn danach, ob er seine Tochter heiraten würde, ob man gucken kann, ob die sich ja im Kennenlernprozess finden. Osman lehnt ab. Boah, das hat ihn sauer gemacht. Omar, das hat ihn verletzt, mit beiden zufrieden sein. Und er ging danach zu Abu Bakr. Und Abu Bakr hat auch abgelehnt und es hat ihn noch stärker verletzt. Ja, natürlich, die beiden haben ein Geheimnis vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wahren müssen, nämlich, dass er um die Hand von Hafsa anhalten wollte. Das durften sie nicht erzählen. Das mussten sie bewahren. Das ist ein Vater, liebe Geschwister. Das müssen wir sein. Aber stellt euch jetzt mal vor, ihr geht für eure Tochter nach einem Mann suchen. Wahrscheinlich wird die, die Tochter wird wahrscheinlich zum Jugendamt gehen. Die Tochter wird Reiß ausnehmen, abhauen. Ja, warum? Weil wir nicht diese Beziehung haben. Und die müssen wir aufbauen. Diese Beziehung müssen wir aufbauen. Das war nicht bei allen Prophetengefährten so, dass sie diese Beziehung zu ihrer Tochter hatten. Es gab eine Frau, die überliefert wird. Sie wurde zwangsverheiratet und kam zum Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, authentisch überliefert, und sagte, oh Gesandte Allah, dein Vater hat mich gegen meinen Willen verheiratet. Und es gab mehrere Fälle. Einen Fall, wo der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, den Ehevertrag für ungültig erklärt hat. Und der andere Fall, wo die Frau einfach nur die Gemeinde wissen lassen wollte, dass die Art nicht korrekt war. Sie sagt, ich bin mit dem Mann zufrieden. Aber so nicht. Man muss mich schon fragen. Ich muss schon mein Ja-Wort geben. Und sei es stillschweigend. Das heißt, sind wir dieser Vater, wo unsere Tochter sich darauf freut, ja, mein Vater, der wird mir genau den Mann suchen, den ich will. Und wenn wir es nicht sind, dann müssen wir anfangen, es zu werden. Dann müssen wir anfangen, es zu werden. Übrigens, dieses Wali-Sein, ja, was auch so im islamischen Recht festgehalten ist, dass man der Ehe auch zustimmt. Und nach mehrheit der Gelehrten ist auch der Ehevertrag ungültig, ohne die Zusage des Walis. Dieses Wali-Sein, liebe Geschwister, ist ein Amt, eine Aufgabe im Interesse der Frau, im Interesse der Tochter. Und so wurde es auch immer verstanden, als Service für die Tochter. Dass sie jemanden aus der Familie suchen lässt. Jemand, der nicht an Geld interessiert ist, sondern am Wohlbefinden der Tochter, der Schwester, der Nichte. Jemand, der prüfen kann, was passiert, wenn eine Frau sich in einen Mann verliebt. Möglicherweise kann der Mann sie ausnutzen. möglicherweise kann er sie dazu bringen, sich auf etwas einzulassen, was nicht gut für sie ist. Aufgrund der Gefühle, die sie für ihn hat. Sie kann ihn vielleicht nicht so hart prüfen, wie der Mann. Aber der Vater, der kann mit dem Mann reisen. Der kann mit ihm Zeit verbringen. Der kann ihn auch ein wenig provozieren. Und schauen, wie reagiert er? Wie verhält sich diese Person im Streit? Aggressiv und übertretend? Ja, dann hat man seinen Charakter in dem Moment gesehen. Aber die Schwierigkeit ist, dass sich ansonsten der Mann gegenüber der Frau immer von seiner Schokoladenseite zeigen kann. Aber wenn man als Wali, als großer Bruder, als Vater den Mann kennenlernt, wenn man viel Zeit mit ihm verbringt, dann weiß man, wie er wirklich ist. Jetzt kam mein Mann zu Omar und sagte, Omar, das ist eine längere Geschichte, ich kenne diesen und jenen Mann. Und Omar sagt, du kennst ihn, wie hast du ihn kennengelernt? Warst du mit ihm auf einer Reise unterwegs, dass du ihn kennenlernen konntest? Oder hast du mit ihm geschäftlich zu tun gehabt, dass du seinen Charakter sehen konntest? das heißt, von der Schokoladenseite zeigen, dass es dem Mann gegenüber der Frau leicht, aber gegenüber dem Vater, der ihn prüfen wird, dort wird der Mann dann gefiltert, dort wird der Mann dann genau untersucht. Und dort, wo diese Aufgabe nicht im Interesse der Frau wahrgenommen wird, haben die Gelehrten festgehalten, ich kann jetzt viele Gelehrte zitieren, ich nenne den verstorbenen Gelehrten Al-Wataymin, möge ich mit ihm zufrieden sein, ich habe einen Text von ihm übersetzt, wo er gesagt hat, dass der Mann, der Wali, der sich nicht um seine Tochter in dem Sinne kümmert, wie Allah Ta'ala es ihm mitgegeben hat, der Richter entzieht ihm dieses Amt und gibt dieses Amt an jemanden weiter in der Familie, der sich im Interesse der Tochter verhalten wird. Und sei es dass der Richter am Ende selber diese Ehe schließt. Und Jerusalem hat gesagt, möge ich mit ihm zufrieden sein und es ist besser für eine Frau, dass sie ihr Recht vor dem Richter sucht, gegenüber ihrem eigenen Vater, als dass sie geduldig ist. Und vielleicht hofft ihr, irgendwann kommt mein Vater mit einem anständigen Mann zum Kennenlernen. Warum? Weil so ist es ein warnendes Beispiel für andere Väter, die sich nicht richtig um ihre Töchter in Sachen Heirat, Heiratsvermittlung, Kandidaten, Vorschlagen etc. kümmern. Das ist ein warnendes Beispiel dann für diese anderen Väter jeweils. Gut, und wir wissen auch, Imam Eubhani hat starke Belege dafür, die ich auch bereits veröffentlicht habe, dass eine Frau auch ohne das Einverständnis des Walis einen Ehevertrag gültig abschließen kann, aber das hat jetzt hier nicht genug Raum, um dies erklären zu können. Was da bei uns oft passiert, liebe Geschwister, gerade an dieser Stelle will ich das erwähnen, wir rebellieren gegen unsere Eltern, wenn sie vielleicht nicht mit dem Kandidaten zufrieden sind, den wir vorschlagen. Was? Die sind Nationalisten und ja, und die wollen nur dies und jenes und die haben den Islam nicht richtig verstanden und so weiter. Fang erst mal an, wie gesagt, von vorne versucht eure Eltern zu verstehen. Würdest du dich freuen, wenn absehbar ist, dass deine Enkelkinder nicht dieselbe Sprache sprechen wie du? Würdest du dich freuen? Dann wärst du so, der Alte Abgeschnittene kannst nicht mit den Kindern richtig reden. Das heißt, das ist vielleicht ein guter Grund, warum einige Eltern sagen, ich wünsche mir jemand aus meinem Land, aus meiner Kultur, damit unsere Enkelkinder, meine Enkelkinder am Ende mit mir auch einen sprachlichen Kontakt haben. Das heißt, es mag auch gute pädagogische, menschliche, psychologische Gründe dafür geben, dass Eltern etwas Bestimmtes bevorzugen für ihre Kinder. Da muss man auch Verständnis haben. Und ich kann euch sagen, dort, wo Kinder um das Einverständnis ihrer Eltern kämpfen, dort gewinnen sie. Jetzt kam mein Bruder hierher, der hatte die allerschwierigsten Voraussetzungen und hatte Hilfe gebraucht, er wollte um die Hand einer Frau anhalten. Schwierige Lage, kann ich euch sagen. Er war Amerikaner, also die Araberin, schon mal schwierig, gell? Er war noch in der Armee, hat noch wenige Monate bis zu seiner Entlassung gehabt, doppelt schwierig. Er war dunklerer Hautfarbe, was bei einigen Arabern immer noch ein großes Problem ist, müssen wir auch so offen aussprechen. Er war noch rechtlich verheiratet, auch seine Scheidung, also hatte sozusagen zwei Scheidungen, einmal von amerikanischer Armee und einmal von seiner Frau, die lief immer noch vor Gericht. Und das Kind, sie haben ein gemeinsames Kind gehabt und das Kind war bei ihm. Und er sprach kein Deutsch und kein Arabisch. Sondern Englisch. Und er hat ihm Hilfe gebeten, dass man die Eltern überzeugt. Er war Muslim, Alhamdulillah, er hat 500 Tage gebetet und sich an die Regeln gehalten, Alhamdulillah. Und wisst ihr was? Die Eltern mit der Zeit, man konnte sie überzeugen. Dort, wo man ein Jahr investiert, wo man ein halbes Jahr investiert, also eine lange Zeit, eher ein Jahr, Überzeugungsarbeit, man kauft Geschenke, man schickt Imame, man schreibt Briefe, man redet auf die sanfteste Art und Weise, wie Allah Tala das beschreibt, dort werden wir die Herzen unserer Eltern erreichen. Aber da, wo wir einfach sagen, ach, ich heirate einfach so, ich bin jetzt Hanifitische Rechtsschule und meine Eltern sind haben und diese und jene Fehler und Schwächen, denkt ihr Allah Tala wird eure Ehe segnen? Das ist sehr schwierig, liebe Geschwister. Lass uns an der Stelle Allah Tala um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Liebe Geschwister, entnehmen wir Worte des Korans. Ibrahim a.s. ersprach. Ibrahim a.s. ersprach. Mein Herr, schenke mir einen Rechtschaffenen. Wollt ihr einen Sohn haben oder eine Tochter haben, die rechtschaffen ist? Allah verkündete ihm dann einen nachsichtigen Jungen, als er das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte. Verbringt Zeit mit euren Kindern. Lauf mit euren Kindern. Unterwegs sein mit euren Kindern. Sagt er, oh mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau, was du dazu meinst. Ibrahim a.s. er besprach die Befehle von Allah s.a. mit seinem Sohn Ismail. Möge doch mit beiden zufrieden sein. Er hat diese Kommunikation gehabt, dass miteinander Dinge klären. Er klären als Vater. Nicht dieses super heftige, so ist es jetzt und so musst du es jetzt durchsetzen. Wie wundervoll. Und Ibrahim a.s. erbaute die Kaaba nicht alleine. Er baute sie mit Ismail zusammen auf. Und sie haben zusammen Bittgebete gemacht und zusammen ihre Gebete verrichtet, wie wir aus dem Koran entnehmen. Ich muss es ein bisschen schneller machen wegen der Zeit jetzt. Das heißt, wir versuchen, diese Beziehung zu pflegen. Aufzubauen. Natürlich ist das nicht immer leicht. Ich kenne das selber als Vater. Manchmal möchte man mit den Kindern Zeit verbringen. Und die sagen, nein, Mama. Die wollen manchmal den Papa nicht haben. Aber da muss man wie ein Stürmer denken. Man wartet ab, man lauert. Früher oder später werde ich mit ihm Zeit verbringen können. Ich bin jetzt einfach hier auf der Couch. Ich lese ein bisschen. Und dann kommt er zu mir. Und dann verbringe ich Zeit mit ihm. Oder wir können auch als Väter versuchen, ja, manchmal so ein bisschen intrigieren. Sagen, hier, komm mal her, ich habe ein bisschen Schokolade für dich. Ja. Hauptsache, wir bauen diese Beziehung auf. Aber psch, Mama nicht erzählen. Das ist unser Geheimnis. Ja. Kaufe ich natürlich gute Schokolade. Und natürlich muss man auch manchmal, muss man die Position der Mama manchmal stärken. Manchmal ist die Mama die strengere. Ja, weil sie den Alltag mehr mit dem Kind hat. Sagen, ich muss jetzt auf die Mama auch hören. Ja. Dass man das wieder gut macht mit den ganzen Schokoladenintrigen. Ja. Das heißt, man muss auf jeden Fall da sein. Und dann lauern auf diese Möglichkeiten, mit den Kindern Zeit zu verbringen. Und was das Allerwichtigste ist, liebe Brüder, liebe Geschwister, spielen. Der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, wird authentisch von ihm überliefert. Er hat beispielsweise Kletterspiele mit Kindern gemacht. Hat sie so gehalten und gesagt, so jetzt kletter an mir hoch. Ja. Und dann mussten die Kinder dann irgendwie so an ihm hochklettern. Hat er, ja, Kletterspiele gemacht. Oder er hat Wettrennen organisiert. Ja. Und der Gewinn hat dann kleine Preise bekommen. Er hat die Kinder aufgestellt, eine Reihe. Und dann, so, jetzt geht's los, bis Mela. Und dann, der Gewinn hat einen kleinen Preis bekommen. Und was auch überliefert wird, er, ja, er hat praktisch Pferd gespielt. Er war das Pferd und seine Enkelkinder sind auf ihm so geritten. Und er sagte, ihr seid die besten Reiter und ich, und ihr habt das beste Pferd. Ihr habt das beste Reittier. Und wenn man sich die Haditha anschaut, das ist das Besondere auch. Diese Haditha, die werden nicht überliefert von Aisha oder von Familienmitgliedern innerhalb der Familie. Sondern das sind Prophetengefährten. Die haben das gesehen außerhalb vom Haus vom Propheten Mohammed, sallallahu aleyhi wa sallam, oder als sie im Hause waren und er ihnen diese Einblicke gegeben hat. Das heißt, er hat sich nicht geschämt, auf diese Art und Weise mit den Kindern intim Zeit zu verbringen, auch vor anderen Menschen, weil er muss ja sowieso des Vorbilds sein. Aber manchmal schämen wir uns. Einer meiner Freunde, der ist oriental, ich will nicht sagen aus welchem Land, er sagt, er kann sich nicht vorstellen, so mit dem Kinderwagen, ja, irgendwie rumzugehen. Oder sein Baby so in diesem Tragetuch mit sich herumzuführen. Das kennen sie nicht. Das wäre beschämend für sie. Aber achtet auf den Propheten Mohammed, sallallahu aleyhi wa sallam, denn wir werden diese Beziehung zu unseren Kindern brauchen, doppelt. Da, wo wir uns wünschen, wenn sie eigenständig sind, dass sie den Weg des Islams gehen und auf uns hören, unsere Ratschläge ernst nehmen und mit uns überhaupt sprechen. Und später natürlich auch, wenn wir älter sind und von ihrer Hilfe auch, natürlich, wir hängen nur von Allah Ta'ala ab und danach, wie gesagt, brauchen wir aber auch Kinder, dass unser Alter ein gesegnetes Alter ist. Liebe Geschwister, wir werden, die nächste Freitagsansprache um Viertel nach zwei anfangen, nicht um Viertel nach eins, ganz wichtig, wegen der Zeitumstellung. Und ich schließe jetzt damit ab, dass der Prophet Mohammed, sallallahu aleyhi wa sallam, mitgegeben hat, dass man gute Taten für Verstorbene, für Verstorbene überweisen kann. Gute Taten für Verstorbene kann man überweisen. Es gibt eine kleine Meinungsverschiedenheit. Manche Gelehrte sagen, nur vier Arten von Taten. Ja, nämlich das Pilgerfahrten, Spenden, Fasten und Wittgebete. Aber Imam Ahmed, und wir folgen in dieser Sache Imam Ahmed, wir müssen mit ihm zufrieden sein, da sind wir ein bisschen streng, er sagt, jede gute Tat, die du tust, in der Absicht, dass Allah Ta'ala die Belohnung für diese Person, die Belohnung für diese gute Tat an die verstorbene Person, den verstorbenen Muslim, weitergibt, jede Tat wird von Allah Ta'ala, auf diese Art und Weise, wenn die Absicht natürlich richtig ist, angenommen. Das heißt, das ist auch etwas, was wir für unsere älteren Geschwister tun können, die bereits verstorben sind, und insbesondere natürlich auch für unsere Eltern. Heute, liebe Geschwister, ab 20 Uhr gibt es einen Vortrag mit Dr. Khaled Hanafi. Es wird um das Thema Reue vor allem gehen. Wird auf Arabisch vorgetragen und 1 zu 1 im Deutschen übersetzt. Also heute um 8 Uhr bitte hier erscheinen. Und der Schwestern-Treff wird die Liebe Allahs zu den Menschen behandeln um 14.30 Uhr am Sonntag. Und morgen der Brüder-Treff entfällt am Samstag. Und informiert euch auch über das Seminar Islamische Orientierung, was ihr Anfang April 8 Tage, 8 Tage könnt ihr dann hier inshallah ein Intensiv-Seminar durchnehmen. Nach dem Gebet inshallah, wenn wir noch Bittgebete machen für einige verstorbene Geschwister. An dieser Stelle sammeln wir Spenden für die Gemeinde. Geizt nicht, denn der Geiz geht ansonsten nur gegen euch selbst. Allah Ta'ala verspricht über die Zunge seines Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dass kein Vermögen geringer wird aufgrund der Spende. Und hier sollte man nicht von einer Spende sprechen, sondern mehr von einer Investition in seine eigene Gemeinde, in sich selbst, in seine Familie, für seine Kinder, für seine zukünftigen Kinder, damit wir, wie gesagt, mit den Aktivitäten hier fortfahren können und auf die Fixkosten zahlen. Oh ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Wenn wir nun zum Gebet aufstehen, lasst uns unsere Konzentration wahren und das Gebet so beten, als sei es unser letztes Gebet. Und wenn wir uns in der Niederwerfung befinden, unsere Bittgebete an Allah Ta'ala richten, denn der Prophet sagt, sallallahu alayhi wa sallam, dass innerhalb dieser Position man Allah Ta'ala am nächsten ist. Wachim ist Allah.